Marlene, möchtest du mit mir moderieren? Bei uns wird's nämlich heute romantisch, bei uns im Weltall. Ja, gestern gab's erst mal ne Party für alle, da sind sie alle eskaliert. Ja, und heute gibt's eben ne Party für zwei. Paco bekommt live Besuch von seiner Angebeteten Janine Pink und er hat keine Ahnung davon. 22.27 pro Babybrother hier in Seite 1, bleiben Sie bei uns! Jochen Schlaff! Auf! Und wir...